Heuer feiert der Zoo Salzburg bereits seinen 60. Geburtstag. 400.000 Besucher kommen jährlich hierher, vorwiegend aus Salzburg, Bayern und natürlich auch viele Touristen. Das Thema Nachhaltigkeit spielt hier im Zoo eine große Rolle. Wir sind ein Naturtier- und Artenschutzzentrum, daher ist uns natürlich das Thema sehr, sehr wichtig. Wir versuchen hier auch Vorbildwirkung zu machen, wir versuchen auch viel zu präsentieren und zu zeigen, um auch die Besucher ein klein wenig darauf hin anzustupsen und zu sagen, ja, denkt mal ein bisschen nach über die Natur, auch über die Nachhaltigkeit. Als der Zoo im letzten Jahr coronabedingt geschlossen war, hat man den Schotterboden durch einen neuen Splittbetonboden, der wesentlich staubfreier und auch wasserdurchlässig ist, ersetzt. Ja, gerade im Sommermonaten, wenn viele Besucher erinnern, war doch die Staubbelastung sehr hoch. Auch das ist ein Beitrag für den Umweltschutz. Also wir haben seit drei Jahren eine Photovoltaikanlage da, die ist im hinteren Bereich im Wirtschaftshof, auf den Dächern oben. Die speist vor allem für die Pinguinanlage und für den Bereich Afrika ein. Im Wirtschaftshof findet sich auch eine eigene Schlosserei und Zimmerei. Hier arbeiten zahlreiche Handwerker. Speziell die Bauabteilung bekommt auch das Holz von der Umgebung. Wenn einmal ein Baum umfällt oder so, ein großer, fester Baum, das bekommen dann wir. Wir machen dann zum Beispiel die Stege für die Tiere selber, wir machen Holztröge selber und vor allem auch die Dekoration, die hier innen ist, diese Holzzäune, dass alles sehr natürlich wirkt, das bekommen wir großteils von den, ja, von den umgefallenen Bäumen in der Umgebung. Eine große Attraktion für viele Besucher ist das Pinguinbecken. Für den perfekten Badespaß der Tiere braucht es aber natürlich auch viel Wasser. Das Becken ist sehr groß und dadurch braucht man viel Wasser. Wie gesagt, wir müssen, wir haben einen eigenen Brunnen jetzt, den wir zwar vorher schon in Verwendung gehabt haben, aber der nicht so verwendet worden ist, jetzt nicht so effizient war, weil die Pumpe noch relativ viel Strom gebraucht hat. Hat früher gepasst, aber jetzt mittlerweile haben wir auf eine effizientere, energieeffizientere Pumpe umgestellt und funktioniert sehr gut und der Stromverbrauch ist ein Bruchteil von dem, der vorher war. Genau, wir haben unten im Keller haben wir komplett unter Keller die Filteranlage. Das sind zwei Sandfilter, zwei große Sandfilter, die um die vier Kubikmeter haben und Vorfilter haben wir drinnen, die das Wasser quasi vorfüllen, das sind sogenannte Spaltfilter, die das grobe rausfiltern, weil sonst wäre das so, dass die ganzen Sandfilter mit groben Ästchen oder Blätter voll wären, müsste man dann viel öfter rückspülen. Es ist relativ ausgeklügelt, funktioniert sehr gut und es ist eine sehr stimmige Anlage, also wir haben keine Probleme damit, sie säubert, sie macht ja Arbeit, perfekt. Bei der Versorgung der Tiere wird ebenfalls sehr auf Nachhaltigkeit und Regionalität geachtet. Genau, das Obst, das wir bekommen, ist natürlich qualitativ sehr hochwertig, weil es für die Tiere so sein muss, aber es ist optisch nicht so schön, also die Karotte ist extrem groß oder krumm, der Apfel ist oft zu klein, all dieses Obst kommt nicht mehr in den Handel und wir kaufen es dann auf und unsere Affen oder andere Tiere, Bären, wir immer sind sehr dankbar über dieses Obst, für die ist die Optik nicht wichtig, Hauptsache es schmeckt gut. Auch das nächste Projekt für den Zoo Salzburg steht schon in den Startlöchern. Also wir dürfen heuer unseren Haupteingang noch umbauen, der ist ja auch schon mindestens so alt, so alter Zoo ist und entsprechend eben einen neuen Haupteingang machen, der dann auch für die Besucher angenehmer ist und wir die Besucher besser zählen können und ein besserer Empfang ist und das werden wir hoffentlich heuer noch angehen können. Ob selbstgemachte Kletterbäume, Stege, regionales Futter, ein wasserdurchlässiger Bodenbelag oder die große Photovoltaikanlage am Dach des Wirtschaftshofes. Der Zoo Salzburg ist mit all seinen Maßnahmen in Sachen Nachhaltigkeit ein echtes World-Changer-Unternehmen. Wenn auch Sie mit einer Photovoltaikanlage Richtung Zukunft starten wollen, dann melden Sie sich einfach unter www.salzburg-ag.at. www.palmedien.at.com www.salzburg-ag.at. 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 Maybell'sismo-ag.at. www.sugar-ag.at.